servus und grüßt euch herzlich willkommen auf dem youtube kanal der absolute hammer mein name ist chris und dieses video ist der start einer kleinen reihe in der ich euch den omtech polar laser vorstellen möchte der omtech polar ist ein kompakter co2 laser der bereits out of the box ohne größere umbauten verwendet werden kann und in gewissen punkten den dioden lasern weit überlegen ist ja und dieses echt interessante gerät schauen wir uns an also dranbleiben gleich nach dem intro geht's los viel spaß beim zuschauen und bis gleich zuerst möchte ich mich bei der firma omtech bedanken sie haben mir ihren polar laser für die videos zur verfügung gestellt vorab sei mal gesagt dass der polar knappe 50 kilo wiegt das heißt nichts mit karton aller 3d drucker der laser kommt gut verpackt in einer holz schachtel auf palette mit einer spedition die verpackung selbst wird dann auch noch locker 10 kilo auf die waage bringen wenn es nicht mehr ist daher empfehle ich euch unbedingt dass ihr euch eine zweite person holt mit der ihr den laser an seinem bestimmungsort trägt und ja vielleicht seid ihr da stärker als ich aber das ding ist für eine person echt unhandlich nein im ernst schon dort den rücken und macht das zu zweit die maße sind in etwa 115 x 70 x 50 cm wenn die box dann aber endlich mal an ihrem bestimmungsort angekommen ist dann geht es auch schon los mit dem auspacken und dazu muss erstmal der deckel ab dafür braucht kein cutter messer sondern einen schraubendreher mit ihm werden die ganzen gammern umgebogen so dass man den deckel abnehmen kann also eigentlich zurück gebogen umgebogen wurden sie damit der deckel zu war ich möchte eines dazu sagen ich hatte inzwischen ja doch einige dioden laser auf dem tisch von 3 bis 40 watt aber das ist mein erster co2 laser klar laser wie den k40 kenne ich aber ich hatte noch keinen in der hand ich bin gespannt insbesondere durch den deutlich höheren preis erwarte ich mir auch deutlich mehr an sicherheit komfort und features das thema gravieren und schneiden von acryl und glas hat es mir besonders angetan klar klar ist natürlich nur gravieren transparentes acryl gravieren geht ja beim dioden laser ohne hilfsmittel wie kreidestifte gar nicht so einfach und das ist hier für den co2 laser wohl gar kein problem für den dioden laser eben schon ein bisschen das liegt auch ganz einfach erklärt daran dass die wellenlänge des lichts hier deutlich unterschiedlich ist während die dioden laser mit circa 455 nanometern wellenlänge arbeiten arbeitet der polar mit 10,6 mikrometer aber jetzt zurück zum auspacken sobald der deckel dann endlich mal ab ist und die erste schicht verpackungs material entfernt ist kommt das gute stück auch schon zum vorschein ich muss eines sagen ich bin jetzt schon positiv überrascht hier hat jemand mit gedacht um den laser sind zwei art spanngurte rum mit dem man ihn leicht aus der verpackung heben kann also so leicht man eben 50 kilo heben möchte der ein oder andere mag das alleine heben hier empfehle ich aber nochmal holt euch jemand dazu tut ihr euch so leichter gleich mal eine frage an euch hat jemand von euch schon ein vergleichbares gerät ausgepackt war es hier auch so mit dem band drum rum zum einfachen rausheben oder ist es jetzt ein spezielles feature von diesem gerät dann schauen wir uns doch mal den lieferumfang an ganz oben hatten wir vorher bereits gesehen lag ein honey camp und darunter also unter dem gerät lag noch material zum testen ein ganzer packen dann kam der komplette laser in folie eingepackt um das glas zu schützen ein handbuch in deutsch haben wir übrigens auch im laser selbst findet sich noch diverses zubehör die abluftpumpe und abluftschläuche kabel usb kabel kalkulierte kabel und ein paar ersatzteile nachdem das alles entfernt ist kann man das honey camp einlegen aber probiert das nicht wie ich von oben sondern das ding muss von vorne rein unten vorne an der front ist eine schublade die zieht man heraus dann legt man das honey camp ein und schiebt sie wieder rein ja recht viel ist auch nicht mehr zu machen der laser kommt ziemlich komplett zusammengebaut daher hinten muss noch ein sicherungsstecker eingesteckt werden der abluftschlauch sollte noch hinten montiert werden den müsste dann eben draußen irgendwo aus dem fenster hängen oder so ähnlich und natürlich usb kabel zwei stück an der zahl einmal für den laser einmal für die kamera an den rechner an mit dem er ihn bedient kalkulierte kabel ja und dann kann das ding eigentlich schon eingeschaltet werden dann kommen wir mal zum betrieb zum thema software da gibt es zwei optionen zum einen rdworks welches gratis ist oder lightburn werden welches die meisten von euch wohl schon kennen man muss nur beachten dass wenn ihr euch lightburn für euren dioden laser gekauft habt dann müsst ihr leider noch mal in die tasche greifen denn für den dioden laser habt ihr die gcode version gekauft und der reader controller des polars benötigt die dsp version diese kostet beim erstkauf knappe 134 euro wenn ihr die gcode version schon habt und das dsp teil dazu kaufen wollt müsst ihr wie ich knappe 67 euro investieren das einrichten des polars im lightburn funktioniert genauso wie bei einem dioden laser rechts unten auf geräte dann den laser suchen und dann wird der normal schon automatisch erkannt ansonsten auf manuell erstellen dann wählen wir den controller den reader aus und im nächsten punkt seriel usb dann vergeben wir den namen des gerätes also polar oder wie auch immer ihr nennen wollt als x achsenlänge geben wir 510 mm und das y achsen länge 300 mm an die ausgangsposition wählen wir hinten rechts und schon ist der laser eingerichtet jetzt muss noch die kamera kalibriert werden dafür brauchen wir so ein kalibrierblatt das ist im endeffekt so ein kleines blatt mit in etwa gefühlt vielen punkten viele schwarze punkte ja und das müssen wir dann an den unterschiedlichen positionen der kamera legen ich habe es von einem anderen projekt hier gehabt ansonsten ist im lightburn der link um sich das blatt auszudrucken ja wie gesagt das teil muss man an den verschiedenen seiten oben unten rechts links und den ecken dann im laser legen und dann immer eben auf aktualisieren klicken irgendwann erkennt er das dann das ist ein bisschen aufwendiger es kann auch mal ein paar mal länger dauern bis er erkennt da muss man es halt ein bisschen verschieben rauf runter oder neigen und irgendwann hat man das dann durch und dann hat man die kamera kalibriert dann muss man noch ein stück holz einlegen oder karton da werden noch verschiedene punkte drauf gelasert und die muss man dann nochmal an markieren und dann ist man mit der kompletten kalibration von der kamera fertig das heißt genau das was die kamera drin sieht ist auch der punkt wo der laser eben dann hin lasert genau wenn das soweit durch ist könnt ihr im kameramenü euch das hintergrundbild einblenden lassen also das kamerabild overlay aktualisieren heißt der button und dann sieht man eben ganz genau wo man seine objekte auf dem material platzieren sollte kann muss zu guter letzt gibt es nur eine sache einzustellen und zwar den set offset das muss man noch anpassen denn der polar hat einen autofokus das heißt wir müssen einmal den set offset raus messen dann wissen wir den und dann können wir den einstellen und dann lasert der perfekten fokus genau die details wie das geht zeige ich euch aber in einem weiteren teil dann und dann kann es auch schon losgehen mit dem lasern also bei mir lag das interessante und mein fokus auf acrylglas da ich beim diodenlaser das nicht so machen konnte ich habe mir dann bei amazon so ein set aus sockel mit beleuchtung und acrylglas scheiben gekauft verlinke ich euch in der video beschreibung und damit kann man richtig schöne 3d lichteffekte machen und zwar gibt es das set auch bei billiger aber dann ist die acrylplatte nicht dabei dann müsst ihr einfach ein bisschen suchen wenn euch das bei amazon zu teuer ist oder es gibt auch versionen wo weniger als 10 drin sind aber das spielt es keine rolle ihr legt einfach die platte ein und dann seht ihr genau wo ihr eure schrift und eure objekte positionieren müsst klar ihr müsst wieder overlay aktualisieren drücken dann stellte eure werte ein und dann ja los geht's und ich finde es einfach absolut klasse er lasert das absolut schön und ihr seht ihr das ergebnis ich habe dann ein paar versionen davon schon gemacht und verschenkt und die leute sind alle ziemlich begeistert davon natürlich hat jeder ein eigenes design bekommen ist klar Auf und 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 auf das ist die leute ist ja wenn du dann in einem anderen kann ich euch noch nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kommen wir nun mal zum Fazit über den OM-Tech Polar 50 Watt CO2 Laser. Ein Vergleich zu den von mir bisher getesteten Diodenlasern ist nur sehr schwer möglich, da der Polar einfach in einer anderen Liga spielt. Gut, man blättert auch gut das Fünffache eines guten Diodenlasers hin, aber man darf einfach nicht vergessen, dafür erhält man echt um einiges mehr. Beginnen wir beim Lieferumfang. Das passende Honeycomb ist dabei, ein Rotary Modul ist dabei und auch eine Absaugpumpe sowie die passenden Abluftschläuche. Alles dabei. Zum geschlossenen Gehäuse, also wirklich alles was man braucht, um wirklich sauber und ohne größere Atemprobleme lasern zu können. Zum Gerät selbst. Wie gesagt, es ist meine erste Berührung mit einem CO2 Laser, aber ich habe einiges im Netz nachgelesen und viele Stunden Videos zu dem Thema konsumiert. Der Kanal K40 Keller ist zum Beispiel eine klasse Infoquelle, wenn man hier tiefer einsteigen möchte. Jedenfalls möchte ich mal meine persönlichen Highlights des Gerätes hervorheben. Es wäre zum einen mal die Bauweise. Mit 47 Kilo und einer Größe von 970 x 565 und einer Höhe von 234 Millimeter ist er wirklich sehr kompakt gebaut. Er hat bereits eine Wasserkühlung und einen Air Assist integriert und man braucht zubehörmäßig nichts mehr dazu. Der Autofokus ist ein wirklich tolles Feature. Allerdings habe ich hier einen kleinen Bug gefunden. Ich weiß nicht, ob es am Lightburn oder am Gerät liegt. Jedenfalls, wenn der Laservorgang startet, stellt sich der Fokus ein, ist klar. Und nach Beendigung fährt er wieder auf den Nullpunkt zurück. So sollte es auch sein. Wenn man den Vorgang, also den Laservorgang, aber manuell abbricht oder unterbricht, dann fährt er eben nicht auf den Nullpunkt zurück, sondern muss das manuell im Lightburn nachholen. Ansonsten nimmt er beim nächsten Vorgang den eingestellten Punkt als Nullpunkt. Und dann ist der Fokus eben verstellt und es wird nicht mehr perfekt gelasert. Das ist dann natürlich nicht so gut. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, liegt es am Lightburn oder am Laser selbst. Ich werde dem Thema auf jeden Fall noch weiter hinterher gehen und versuchen dafür eine Lösung zu finden. Gut, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, eine Sache, die mich noch etwas stört, aber das glaube ich fast ist ein reines Lightburn-Thema, der Z-Offset. Ich habe keinen Weg gefunden, den in Lightburn fix einzustellen. Er soll also für mich permanent erhalten bleiben. Hat jemand einen Weg? Oder wie macht ihr das? Habt ihr so eine Situation überhaupt? Aktuell stelle ich den Z-Versatz für jede Ebene einzeln ein. Das gefällt mir aber so nicht. Ich hätte ihn gern einmal fix für das Gerät eingestellt und dann wäre gut für immer. Das wäre meine Ideallösung. Ja, gut, machen wir weiter. Was mir an diesem Ding noch sehr gut gefällt, im Gegensatz zu einem Diodenlaser, ist der Kopf echt leicht und das schon natürlich die Mechanik. Bei einem Diodenlaser sitzen die Dioden und die Lüftung und Elektronik natürlich im Kopf und das wiegt dann einiges. So ein 40 Watt Diodenlaserkopf hat schon ein ganz schönes Gewicht und der muss ja beschleunigt und abgebremst werden von X- und Y-Motoren. So, wenn der Kopf natürlich deutlich leichter ist, dann ist das für die Motoren auch schonender und die Geräte sind dadurch deutlich langlebiger, also meine Meinung. Ja, dann zur Verarbeitung. Das Gerät ist wirklich klasse verarbeitet, sauber gebaut, keine scharfen Kanten. Der Deckel ist auf beiden Seiten mit einem Schalter versehen. So kann wirklich sichergestellt werden, dass man ihn nicht öffnen kann, während der Laser arbeitet. Also der Laser schaltet ab, wenn der Deckel geöffnet wird. Super Sache. Für die Sicherung gibt es einen kleinen Stecker auf der Rückseite, den man als Schlüssel verwenden kann. Abgesteckt geht auch nichts mehr. So kann kein Umgebefugter oder Kind das Gerät bedienen. Spielzeug ist das Ding nämlich auf gar keinen Fall mehr. Ja, ich bin mit dem Gerät total zufrieden und kann ihn bisher komplett empfehlen. Wir reden hier von einem richtig geilen Stück Technik, die aber auch seinen Preis hat. Allerdings halte ich den Preis auch gerechtfertigt für das, was man bekommt. Klar kann man sich einen No-Name-CO2-Laser als Bausatz kaufen und spart vielleicht ein paar Euro. Aber ob es das wert ist oder ihr lieber die Markenlösung, die out of the box funktioniert, nehmt, das müsst ihr euch selbst überlegen. Ich kann euch auf jeden Fall den Gutscheincode anbieten. Mit dem Code HAMMER spart ihr 1% und habt somit wenigstens auch einen kleinen finanziellen Vorteil. Habt ihr irgendwelche Wünsche, was ihr von dem Gerät genau noch sehen wollt? Schreibt sie mir doch in die Kommentare und ich versuche, wenn möglich, das in einem der folgenden Teile zu zeigen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir doch einen Daumen hoch da und ein Abo, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und macht mir echt eine Freude. In diesem Sinne, Servus, Habitere, macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.